Nur das Böseste zum Vorschein bringt. Bis auf die beiden Hunde haben die Jungs hier alles, aber auch alles selbst gebastelt. Im letzten Moment beschloss Wolli, doch nicht in die Schule, sondern lieber ins Kino zu fahren. Dafür, dass er erst seit gestern den Gips runterhunt, macht er das ganz großartig. Indianer kennen keinen Schmerz. Und auch die kleinen Ninja-Törtles hier reißen sich ganz schön zusammen. Rosi versuchte es zunächst mit den Regeln, die sie seit Wochen gepaukt hat. Aber dann brach sich die weibliche Natur wieder Bahn. Ein neuer Trend aus Skandinavien. Selber verwresteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017